Hallo und herzlich willkommen hier im Thomas-Loch-Pössl-Training-Studio. Mein Name ist Gunn. Ich freue mich, mit euch wieder ein Thema durchzugehen, was uns fast allemal betreffen wird. Knieprobleme, also Kniesmerzen. Klar, also vorab ganz, ganz wichtig, wenn jemand akut Probleme hat, ist gestört nach dem Skifahren, merkt, okay, ho, da ist man unbedingt erstmal einen Arzt oder zum Orthopäde erstmal abklären lassen, vor, wenn man solche Übungen macht. Merkt ihr, okay, da ist nichts Schlimmes, kommt ab und zu mal vor oder nach dem Laufen, dass es kurz ein bisschen zwickt, macht diese Übungen, ihr werdet es merken, das wird euch richtig, richtig gut tun. Es sind zwei Dehnübungen, weil oft ist einfach, Knieprobleme sind oft oder kommen oft, wir sprechen aus Erfahrung, einfach durch einen Bewegungsmangel, also durch einfach unbewegliche Muskulatur, haben wir eine höhere Spannung auf die Patellasehne oder auf die Kniescheibe und kommen dadurch verursachtesten Knieschmerzen. Deswegen sind, einmal haben wir eine Oberschenkel-Vorderseite Dehnung, eine Rückseite und die dritte Übung ist dann eine Kräftigungsübung, wo man einfach unsere Sehner, die Bände und natürlich auch die Tieflinie und die Oberfläche Muskulatur kräftigen. Ganz, ganz wichtig, dafür braucht ihr eigentlich nur so ein Pad. Mehr braucht ihr nicht, habt ihr nicht da, kein Thema. Könnt ihr auch gerne mit einem Kissen, macht zwei Kissen übereinander, holt euch zwei größere Handtüche, rollt die aufeinander, dass man so ein A4-breites Tuch hat. Und hauptsache, es soll eine Instabilität da sein, wenn man mit einem Barfuß, mit dem Fuß drauf geht, dass da schön der Fuß arbeiten muss. Aber das zeige ich euch alles jetzt gleich. Erste Übung, wenn wir uns einfach schön auf die Seite legen. Untere Beine legen wir schön 90 Grad ab. Wir nehmen hier die Hand hinter, schon am Kopf, dass wir hier Kopf länger und die Wirbelsäule, dass wir hier nicht abknicken, sondern dass wir schön den Kopf in der Hand ablegen. Wir würden jetzt unsere Ferse zum Gesäß schieben und dabei die Ferse nach hinten bringen und richtig das Bein eigentlich so weit wie es geht nach hinten bringen. Dadurch habe ich jetzt eine richtig schöne Dehnung in der Oberschenkel-Vorderseite. Und darum geht es uns, die Hüfte ist neutral und wir schieben richtig das Becken, Ferse zum Gesäß und dann merkt man richtig schön eine schöne Spannung. Sollte Schmerzskala von 0 bis 10, sollte eine schöne 6-7 sein. Wir wollen dann lange drin bleiben, also 90 Sekunden, 2 Minuten wollen wir sicher, sicher halten, weil wir richtig, es dauert einfach bis die Sehne, die Bände, die Muskulatur einfach die Struktur nachlässt und das wollen wir erreichen und das bringt nichts, wenn wir jetzt 20, 30 Sekunden halten, sondern eher an die 2 Minuten. Genauso, richtig weit, wir würden es jetzt gerne 2 Minuten zusammen machen, aber ihr könnt es gerne mit einer Stoppuhr die 2 Minuten natürlich durch machen. Nach 2 Minuten sanft wieder aus der Dehnung raus, weil wir doch eine erhöhte Spannung haben auf die Muskulatur und jetzt würden wir genau das gleiche auf die andere Seite machen. Erstmal rechtes Beinchen schön ablegen, Köpfchen ablegen, jetzt greifen wir wieder nach hinten rum und schieben schön weit Ferse, erstmal am Gesäß, ich hoffe ihr könnt es gut sehen und dann schieben wir weit nach hinten und auch hier merke ich wieder eine sehr, sehr schöne Dehnung im Oberschenkel, Vorderseite, auch hier selbstverständlich 2 Minuten diese Dehnung halten. Nach den 2 Minuten gehen wir wieder sanft aus der Dehnung raus und dann würden wir schon gleich die zweite Übung machen. Die zweite Übung wäre, also jetzt hat man eine Dehnung hauptsächlich oder eigentlich nur für die Quadri-Seps-Vorderseite, jetzt wollen wir was für die Ruchseite machen, bedeutet, ein Bein schön ablegen, wir werden hier hinter die Kehle greifen und das Beinchen schön zu euch durchstrecken, möglichst habt ihr hier einen schönen 90 Grad Winkel, das wäre ganz wichtig, Köpfchen dürft ihr ablegen und jetzt werden wir noch einmal das Schienbein und die Waden dehnen, bedeutet, wir pumpen mit dem Fußgelenk, einmal Fußspitze randschieben, dadurch merke ich die Spannung hier richtig schön in die Wadenmuskulatur und wenn ich das Fußgelenk strecke, merke ich eine Dehnung im Schienbein Vorderseite. Schön ablegen, zack, und richtig schön diese Pumpbewegung machen. Genau, Köpfchen dürft ihr gemütlich ablegen und hier genau richtig randschieben, also wir wollen richtig durchstrecken, dass wir es auch hier in die Kniekehle, hintere Oberschenkel spüren und hier pumpen wir. Und das werden wir auch wieder, selbstverständlich, zwei Minuten links, nach zwei Minuten gehen wir wieder sanft aus die Dehnung, wir werden von Seiten wechseln, rechtes Beinchen, schön randschieben, denkt daran, wir wollen das Gelenk durchdrücken und auch hier wieder Waden runter, Fußspitzen runter, Spannung auf die Waden, Fußspitzen hoch, Spannung aus vordere Schienbeine und das wollen wir schön aktivieren, zwei Minuten lang. Jetzt Köpfchen ablegen und einfach schön zwei Minuten pumpen. Sehr schön. Und nach den zwei Minuten langsam wieder ablegen. Sehr schön. Das waren jetzt unsere zwei Dehnungsübungen, um die Spannung auf die Kniescheibe, aufs Kniegelenk zu reduzieren, wegzukriegen und oft ist es damit schon getan, dass viele Leute, wenn sie die Dehnung regelmäßig machen, merken die da schon so einen Unterschied. Mit regelmäßig ist es schon gemeint vor allem. Also ich würde die Dehnung nicht auf kalte Muskulatur machen, sondern nach dem Laufen, nach dem Fitnessstudio, ein bisschen Seil hüpfen, dann habt ihr eine größere Wanderung gemacht, war zur Fahrradtour, dann macht ihr diese Dehnübungen richtig schön, alle Dehnungen zwei Minuten halten. Und für die dritte Übung wäre eine Kräftigungsübung, da, wie vorher am Anfang des Videos schon gesagt, nehmen wir uns das Balance Kissen. Perfekt, wir sehen uns gleich wieder, ich muss nur kurz umbauen. Bam! Perfekt, da bin ich wieder mit uns das Erex Kissen. Legen wir es schön gemütlich hin, Füßchen drauf und wir würden jetzt einfach, stimmt, Entschuldigung, solche Übungen würde ich immer barfuß machen. Also Schuhchen gemütlich weg. Warum? Wenn wir jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel hier so einen Laufschuh, der hat eine richtige Stabilität mit dabei und das wollen wir nicht. Wir wollen schon auch richtig, dass unser Fußgelenk arbeitet, darum geht es, dass auch die feine Fußgelenkmuskulatur, die Sehnen, die Bände, die hier außen sind, vor allem auch Kniegelenkkreuzbänder, das sind auch richtig schön, Außenbänder, die Sehne, alles muss gekräftigt werden, damit keine, oder wenn wir mal umknicken im Alltag, das nicht gleich, was in der Verletzung da ist. Standbein ist leicht gebeugt und jetzt würden wir einfach Gleichgewicht halten. Schaut leichter aus, wie es ist, aber ihr werdet es merken, wenn ihr das barfuß macht, das richtig arbeiten muss. Das Einzige Wichtige bei diesem Thema, wir sind immer stolz, wir haben eine Rumpfspannung und das Allerwichtigste, aber wenn ihr es nicht sehen könnt, aber das Kniegelenk, Standbein ist immer leicht gebeugt. Und jetzt würde ich einfach hier stehen bleiben. Für viele Leute wird es schon richtig schwer sein, die immer mal absetzen müssen, absetzen müssen, Entschuldigung, wenn ihr merkt, hey, ich muss zu oft absetzen, dann geht es mal näher zu einer Wand, 10, 15 Zentimeter von der Wand und dann könnt ihr mal die Hände nutzen, um eventuell ein bisschen festzuhalten oder ihr nehmt den Stuhl, stellt den Stuhl vor euch und dann könnt ihr euch mit einem Fingerchen vielleicht an den Stuhl festhalten, um euch ein bisschen zu unterstützen. Ziel sollte es aber sein, so wie ich gerade, hier schön das Gleichgewicht zu halten und ihr merkt es jetzt, wenn ich die Hose hoch mache, wie ich jetzt hier aus dem Knie richtig arbeiten muss. Und das ist das Thema, wir wollen hier die Beinmuskulatur kräftigen, aber das machen wir schöner ohne Bewegung, also super effektive Bewegung statt belasten, super effektive Übung, ich merke jetzt schon, wie der Oberschenkel anfängt, ein bisschen müde zu werden, auch Gesäß fängt anzuarbeiten und das sind die wichtigen Muskelgruppen zur Unterstützung vom Kniegelenk. Nach zwei Minuten wird gewechselt, linke Füschchen drauf und auch hier wieder genau das Gleiche. Hier das andere Bein, was in der Luft ist, wird so ein bisschen genutzt als Pendel zum Ausgleichen, auch hier wieder schön Standbein leicht gebeugt und wir wollen richtig aus die Beinmuskulatur schön arbeiten. Genau, der Oberkörper muss auch eingesetzt werden, super, super effektive Übung, habt ihr nicht so ein Kissen da, das kriegt ihr heutzutage, überall holt es euch. Wir haben auch schon sehr viele Übungen oder Videos mit dem Balance Kissen gemacht, baut die ein, egal wo ihr seid zu Hause, von mir aus, also ich spiele auch gerne mit meinen Kindern, wenn wir Zähne putzen, stelle ich die auf so einem Kissen, ein Bein ich höre, Zähne putzen, super, super effektiv, können wir Erwachsene genauso machen. Musst ihr eh vier Minuten Zähne putzen und dann macht ihr zwei Minuten linkes Bein, zwei Minuten rechtes Bein, passt. Und dann habt ihr gleich Stabilitätsübung. Sehr schön, das wäre es. So einfach, was heißt so einfach, doch so einfache Übungen sind einfach sehr, sehr effektiv und sehr hilfreich. Sehr schön, ich hoffe es hat euch gefallen, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, irgendwas, Anregungen, dafür sind wir da, wir helfen jedem sehr, sehr gerne weiter und falls ihr weitere Übungen schaut, abonniert uns gleich, dann habt ihr ein ganzes Pinsum an Videos, holt eure Übungen raus, Hauptsache ihr macht die, gebt uns ein kleines Feedback, wir freuen uns über jedes Feedback und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Trainieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Ciao, ciao.